Hallo zu einer neuen Ausgabe Experten-Talk. Ich bin René Reiter und stelle heute wieder spannende Fragen an Branchenexperten. Heute sprechen wir mit einem Experten rund um das Thema Photovoltaik. Explodierende Energiekosten, steigende Energiekosten, ein Thema derzeit in aller Munde. Gerade auch die Strompreise erklimmen immer neue Höchststände. Die Energiewende fordert ihren Tribut. Wir haben uns in der Redaktion gefragt, wie können wir denn diesen Herausforderungen begegnen. Im Studio begrüße ich heute Christian Höger von Soleil Solar. Hallo Herr Höger, schönen guten Tag. Hallo Herr Reiter. Sagen Sie Herr Höger, wie kann ich denn diesen ständig steigenden Energiepreisen entgegenwirken? Ist Photovoltaik, also der eigene Strom, die Lösung? Holen Sie mir dann die Sonne vom Dach? Herr Reiter, die Sonne vom Dach ist natürlich schlecht, beziehungsweise die Sonne vom Himmel zu holen. Wir brauchen ja die Sonne da oben, damit wir unseren Strom produzieren können. Sinnvoll ist es einfach zur Zeit eine Photovoltaikanlage zu installieren. Da kann ich den steigenden Stromkosten, beziehungsweise Energienkosten entgegenwirken und somit so 60, 80 Prozent meines Stromes decken und habe dadurch zwei Vorteile. Zum einen spare ich mir am Ende des Monats sehr viel Geld und mein Geldbeutel ist voller und zum anderen mache ich etwas für die Umwelt. Ja und wie schätzen Sie die entsprechende Entwicklung ein? Sie sind ja seit über zehn Jahren Experte in diesem Thema. Ich vermute oder ich befürchte, dass die Energiekosten weiter steigen würden, auch aufgrund des Energiehungers. Durch die E-Mobilität, wo immer mehr Strom benötigt wird, man heizt mit Strom. Deswegen wird man eher steigende Energiekosten haben und da kann man natürlich auch wieder mit einer Photovoltaikanlage und einem intelligenten Batteriespeicher entgegenwirken, weil ich einfach 60 bis 80 Prozent meines Strom schon mal fix mache und den für mich selbst versorge oder damit mich selbst versorge und somit autark bin. Das sind natürlich spannende Einschätzungen, Herr Höger, an dieser Stelle, die ein Experte uns hier rund um das Thema Energiekosten geben kann. Was sollen denn Ihrer Meinung nach, Herr Höger, die Haushalte tun, um hier vorzusorgen? Da kann ich Ihnen in Kürzungen absagen, melden Sie sich bei uns, rufen Sie bei uns an. Wir machen mit Ihnen einen Vor-Ort-Termin, wir kommen vorbei, schauen uns die Örtlichkeiten an und erstellen Ihnen dann ein individuell geplantes Angebot inklusive Wirtschaftlichkeitsberechnung, Prognosenberechnung und Sie sehen dann schwarz auf weiß, was Sie sich einsparen können und das ist natürlich bei uns unverbindlich. Ja, Herr Höger, herzlichen Dank an dieser Stelle für diese spannenden Informationen. Wenn auch nun Sie rund um das Thema PV-Anlage weitere Informationen benötigen und sich fragen, welche Vorteile habe ich mit einer PV-Anlage, wo kann ich bei mir eine PV-Anlage am Haus platzieren, wie groß ist der Autarkiegrad, den ich damit erreichen kann, dann rufen Sie direkt bei Soleil Solar unter 09826 655 93 220 an oder besuchen Sie Herrn Höger und sein Team unter www.soleil-solar.de. Vielen Dank im Experten-Talk, Ihr René Reiter.